Viele Leute sprechen über Ich hätte gerne wissen was mein Papa gemacht hat oder was meine Mutter gedacht hat und so. Können wir sprechen mit gestorbene Menschen? Könnten wir fragen wie es ihnen geht und so? Ja, können wir. Wie geht das? Es geht um folgendes. Albert Einstein, ein Deutscher Mensch, ein Genie, hat gesagt, die Materie erlöscht sich nicht. Es ändert sich nur. Und das heißt, wenn ein Mensch stirbt, es stirbt den Körper, weil der Körper ist nicht für ewig. Aber die Sehens, die Sehle stirbt nicht. Es geht in eine andere Ebene. Können wir damit sprechen? Ja, können wir. Wie geht das? Wie geht das, dass wir sprechen mit dem Menschen? Ein Schamane kann rufen diese Sehle und kann sprechen mit dieser Sehle um dir zu sagen die Botschaft von dieser Sehle. Wie kann man das bestätigen? Der Schamane wird dir sagen Sachen nur, dass du weißt von dieser Sehle. Und es gibt Momente, wo der Schamane wird. Es sprechen Sachen, dass nur deine Angehörige gesprochen hat damals. Das geht. Und das Leben in dieser Ebene ist anders als das Leben in der gestorbenen Ebene. Aber es gibt ein anderes Leben nach dem Sterben. Ja, gibt es. Wirst du es lernen? Komm zu mir. Wir werden lernen über das. Ja, gibt es!